Alpha-Versionen Das ist mein Körper. Ich befinde mich gerade an diesem Ort. Ich habe bestimmte Wahrnehmungen. Ideen, Gefühle. Ich tue gerade das und das. Ich bin Verursacher und Kontrolleur meiner Gedanken und Handlungen. Ich rede über mich und denke über mich nach. Ich habe ein Gewissen. Ich bin diejenige, die ich gestern war. Ich bin diejenige, die ich hier überlegen kann.